Mein erster Schultag. Ich bin so aufgeregt. Was ist hier los? Aber wo sind denn nur alle? Hallo, ich bin Lisa. Ich bin neu hier. Kommst du auch in die erste Klasse? Ja, ich bin Tom. Ich komme in die Klasse 1a. Hast du meine schöne rote Schultüte schon gesehen? Guck mal, ich habe eine gelbe. Aber wo ist denn unser Lehrer? Guck mal, ist das unser Lehrer? Der sieht aber lustig aus. Echt? Ich finde, der sieht ganz schön streng aus. Hallo, ich bin auch neu hier. Haha, meine Schultüte ist viel größer als eure.